Hi! Herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Roll&Ride im Freispiel. Oder auch wenn du Kniffel magst, probier doch mal ganz schön clever oder doppelt so clever. Was das ist und wo die Unterschiede zwischen den beiden sind, das erkläre ich euch jetzt. Ganz schön clever aus der Reihe Klein und Fein von Schmidtspiele. Kommt mit sechs verschiedenen farbigen Würfeln daher und einem Wertungsblock für die Mitspieler. 100 Zettel, also kann man theoretisch mit 100 Leuten spielen, würde ich vielleicht nicht machen, aber wie bei vielen dieser Spiele ist es so, dass wir mittlerweile in aktiven und mehrere bis zu drei passive Spieler haben. Und wenn ich als aktiver Spieler am Zug bin, haben auch die anderen Spieler was davon. Und das funktioniert hier über dieses sogenannte Silbertablett. Denn ich wähle Würfel aus und serviere hinterher Würfel meinen Mitspielern auf dem Silbertablett. Dann bin ich am Zug, nehme ich die Würfel, werfe die und darf mir dann einen davon aussuchen, mit dem ich irgendwas unternehme. Es sei denn, ich nehme den Blauen, dann muss ich den Weißen dazu addieren, eine Summe bilden und damit was unternehmen. Ich zeige euch gleich den Zettel, dann wisst ihr, was ich genau damit meine. So, wie funktioniert das Silbertablett? Nehmen wir doch einfach mal die blaue 3. Ich nehme die blaue 3, addiere die weiße 3 dazu, komme auf eine Summe von 6 und mache mir hier ein Kreuz im blauen Bereich bei der 6. So, und jetzt habe ich hier zwei Würfel, die sind kleiner als die 3, die ich genommen habe. Und die kommen jetzt hier auf das Silbertablett. Die habe ich nicht mehr zur Verfügung, aber meine Mitspieler können dann später das machen. Das mache ich bis zu drei Mal. Ich habe hier Platz für 1, 2, 3 Würfel, die ich bei mir werten darf. Nehmen jetzt, damit ich mehr Auswahl habe, nehme ich den Weißen, da hat ein 1 geworfen. Kombiniere den wieder mit dem blauen, um die blaue 4 anzukreuzen. Könnte aber auch, weil es der Weiße ist, jede andere Farbe damit nutzen. Der Weiße zählt auch als Joker. Jetzt werfe ich die noch einmal. Super. Nehme mir die Lila 5, das geht auf Silbertablett. Macht keinen Kreuz bei Lila, sondern tragt eine 5 ein. Auch dazu komme ich gleich. So, jetzt habe ich meine drei Würfel genutzt. Und diese Würfel, die können jetzt die anderen Mitspieler benutzen. Die zeigen jetzt alle eine 1. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Beim Orangen ist das schlecht. Bei den Grünen und beim Gelben ist es nicht unbedingt schlecht, dass die nur eine 1 zeigen. Nicht wundern, das ist übrigens kein Letztchen. Das ist hier Corona-bedingt. So, kommen wir zum Wertungsplot. Wie funktioniert der? Für jede Würfelfarbe gibt es da ein Feld, an dem man Kreuze oder Zahlen eintragen kann. Bei den Gelben kreuz ich einfach die Zahl ab, die ich geworfen habe. Beim Blauen, wie gesagt, das kombiniere ich mit dem weißen Würfel, bilde ich die Summe und kreuz das ab. Also da sind die Zahlen dann zwischen 2 und 12 abzukreuzen. Beim Grünen mache ich auch einfach ein Kreuz. Allerdings, je weiter ich fortschreite, desto größer muss der grüne Würfel sein. Der muss hier größer gleich 1 sein. Hier muss er größer gleich 5 sein. Dann geht es wieder von vorne los. Und bei den Orangen und Lilernen, da trage ich einfach die gewürfelte Zahl ein, weil die Summe der Zahlen, die ich hier würfel, nachher meine Punkte sind. Beim Blauen und beim Grünen hängt es davon ab, wie viele Kreuze ich gemacht habe, wie viele Punkte ich bekomme. Und bei den Gelben muss ich die Spalten beenden, um mir die Punkte, die hier unten notiert sind, gut schreiben zu können. Warum heißt das jetzt ganz schön clever? Das klingt ja erstmal relativ simpel. Das heißt deswegen so, habt ihr hier auch schon gesehen, hier am Rand oder hier drunter, da sind manchmal so Symbole. Einerseits die Schwarzen, die sind so Boni, da mache ich mir hier oben einen Ring, wenn ich so ein schwarzes Symbol erreicht habe. Oder mache ich mir hier einen Ring, wenn ich das andere schwarze Symbol erreicht habe. Und die kann ich dann später nutzen, indem ich sie abkreuze. Hier darf ich dann einen weiteren Würfel werten. Hier kann ich das machen, um ein Wurfergebnis, das mir nicht gefällt, zu nehmen und die Würfel neu zu werfen. So, und jetzt kommt aber der Clou. Wenn ich zum Beispiel hier diese Reihe komplett voll habe, steht hier orange eine 5. Dann darf ich sofort hier unten bei orange eine 5 eintragen. Sagen wir mal, die habe ich schon gefüllt. Könnte ich hier die 5 eintragen. Da wird verdoppelt. Das ist eine 10. Da will ich also auf jeden Fall eine hohe Zahl haben. Aber ich gehe noch einen weiter. So, da habe ich schon Zahlen eingetragen. Müsst ihr euch vorstellen. Trag die 5 hier ein. Bekomme dadurch ein gelbes X. Habe meinetwegen das schon abgekreuzt. Ich mache jetzt hier ein gelbes X, wodurch ich sofort ein blaues X bekomme. Das mache ich dann hier hin. Darf ich sofort ein grünes X machen. Ja und so weiter. Also man kann dann so Kettenzüge generieren. Und darum geht das letztlich. Wenn man das gewinnen will, muss man optimal irgendwie mit diesem Boni arbeiten. Und da ist ganz schön Hirnschmeiz erforderlich. Genau. Spielt man vier bis sechs Runden. Das ist spielerzahlabhängig. Das seht ihr hier oben. Äh, ein bis, äh, Quatsch, ein bis vier Spieler. Äh, eine bis vier Runden. Nicht eine bis vier. Vier Runden spielen wir mal mal zu viert spielen. Spielen wir mal zu dritt. Gibt es eine fünfte Runde. Spielen wir zu zweit oder ich im Solo-Modus. Dann werden insgesamt sechs Runden gespielt. Kreuzen wir halt auch ab, um uns das zu merken, wobei wir sind. Und wer dann am meisten Punkte hat, hier auf der Rückseite können wir dann die Punkte eintragen, hat das Spiel gewonnen. Jetzt sagt ihr, höh, fünf Farben. Aber wieso ist denn da hier unten noch ein Fuchs? Das ist auch hier eine dieser Bonus-Geschichten. Äh, jeden Fuchs, den ich erreiche, den kreuze ich mir ab. Und am Spielende bekomme ich Anzahl Füchse mal meinen schlechtester Wert als Fuchspunkte. Und dann bilde ich die Summe. Wer die größte Summe hat, hat das Spiel gewonnen. Das ist ganz schön clever von Schmidt Spiele. Und weil das so gut ankam und tatsächlich super ist, äh, haben die dann gesagt, komm, diese Silbertablett-Nummer machen wir nochmal. Aber innen dann die Würfel fahren. Äh, und denen das Ganze dann doppelt so clever. Es funktioniert grundsätzlich haargenau so, ne? Ich werfe die Würfel, alles, was ich, was kleiner ist, als das, was ich, äh, nutze. Kommt dann hier auf Silbertablett für die anderen Spieler. Und ich kann die nach und nach nutzen. Allerdings haben sich einerseits die Farben geändert. Na, also grün, gut, äh, lila ist jetzt halt pink, aber das ist ja bums. Äh, pink, grün und blau und gelb haben wir weiterhin. Es gibt jetzt diesen neuen silbernen Bereich. Komme ich gleich zu. Blau ist auch immer noch mit dem weißen kombiniert. Funktioniert aber anders. Gelb funktioniert auch gänzlich anders, weil man da jetzt, äh, letztlich jede gelbe Zahl zweimal nutzen kann. Wenn ich jetzt das erste Mal eine 4 hier ankreuzen würde, kreuze ich sie nicht an, sondern mal einen Kringel drum. Habe ich dann rein abgeschlossen, also Spalten oder Zeilen, äh, mit den Kringeln. Dann bekomme ich die entsprechenden Boni. Punkte kriege ich aber nur, wenn die durchgekreuzt sind. Und durchkreuzen kann ich diese 4, die ich gerade eingekringelt habe, erst wenn ich ein zweites Mal eine gelbe 4 nehme. Dann kommt da ein Kreuz rein. So, und jetzt kommen wir zu dem silbernen. Und der war tatsächlich sehr schön, äh, und hat ganz schön clever wahnsinnig variiert tatsächlich durch einen einzigen Würfelkniff. Nämlich ist der silberne Würfel dafür verantwortlich, hier Kreuze zu machen. Nehme ich mir die silberne 4, kann ich bei einer der Farben hier die 4 ankreuzen. Aber vor allem nehme ich mir den, packe dadurch alles, was kleiner ist, wie gehabt auf Silbertablett. Und die Würfel darf ich dann auch hier ankreuzen. Also das schafft mir einen Anreiz, hohe Zahlen zu nehmen, auch wenn das dafür sorgt, dass viele Würfel für die anderen Mitspielerinnen zur Verfügung stehen, weil ich dadurch mehr Kreuze bekomme. Und allein dieser kleine Kniff sorgt schon dafür, dass es wieder sich ganz neu anfühlt und völlig anders spielt. Genau. Das sind ganz schön clever und doppelt so clever. Aus dem Hause Schmidt Spiele. Beide, ich glaub beide, ne? Ja. Von Wolfgang Warsch. Den kennt ihr von diversen Hitspielen, äh, aus den letzten zwei Jahren. Ich hab einfach einen guten Jahrgang 2019 gehabt. Ähm, genau. Wir finden die beide richtig klasse. Es ist, ich sag mal, nix für nach Feierabend mal schnell runterspielen, weil da muss man wirklich sein Köpfchen reinstecken. Ähm, und das ist das, was uns da so gut dann gefällt. Eigentlich, eigentlich simples Kniffelspiel, das dann aber dafür sorgt, dass man wirklich nachdenken muss, wenn man das gewinnen will. Tolle Dinger. Wenn euch noch was einfällt, was wir erzählen sollen, schreibt uns das unten in die Kommentare. Äh, klickt hier, da, da drauf, äh, um unseren Kanal zu abonnieren, dann werdet ihr informiert, wer neues Zeug kommt. Und ansonsten, äh, viel Spaß mit unseren Videos, viel Spaß mit den Spielen, die ihr bei uns erstanden habt, oder auch mit denen, die ihr schon zu Hause habt und woanders erstanden habt. Ich sag, danke euch und tschüss!